Zurück zu einem neuen Part von Battle Reams. Ihr habt nichts verpasst, wir sind hier immer noch in Schlangenholm unterwegs und ich kann euch sagen, wir haben hier keinen, ähm, wir haben hier keine, keine Sache, die uns, ähm, okay, das ist Schlangenholm, genau. Irgendwo hier müsste ein kleinerer Außenposten vom Lotus-Clan sein, den man, wenn man ihn gleich zu Beginn überrennt, ziemlich gute Chancen hat, ihn auch gleich auseinander zu zwiebeln, deswegen machen wir das doch auch gleich, weil bevor sie sich da, genau hier, genau hier ist es, je früher wir hier anmarschieren, umso besser, müssen einfach ein bisschen auf unsere Bauern achten. Kacke, 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 der muss weg, der muss weg, der muss weg, genau, genau, je früher wir eben hier sind, umso besser, einen Bauern haben wir schon eingebüßt. Genau, peng. Sind wir einfach stinkfrech, bauen unsere Bauernhütte schon mal hier hin? Ja, mein First. Einfach, weil wir es können. Ein bisschen aufs Kenji müssen, wenn er rauskommt. Ich suche den Feind. Geht ihr mal den verbleibenden Bauern, den sie noch haben. Geht mal hoch. Wir haben uns jetzt einfach stinkfrech hier mal aufgebaut. Nein, du sollst den zuerst. Ich suche den Feind. So, genau. Schon unterwegs, Meister. Und du, baust dir einfach stinkfrech schon mal unser erstes Militärgebäude hin? Wir müssen hier mal ihre Bauern etwas dezimieren. Ich suche den Feind. Genau. Schlange. Wir haben einfach ein bisschen Probleme mit der Wasserbeschaffung. Weil wir hier natürlich nur... Schon unterwegs, Meister. Stirb. Okay. Vielleicht mit einer. Ich eile. Schlange. Angriff. Sehr schön. Hahaha. Schon unterwegs, Meister. Für den Clan. Da können wir ja hier schon noch ein Ding hinbauen. Ja, mein Fürst. Sehr schön. Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen wenig rede. Aber ich bin gerade ein bisschen überfordert an zwei Fronten gleichzeitig zu gucken. Zack, 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 zack. Lassen wir das schnell Shinja machen. Du sollst ihn hauen, Shinja. Was an... Was an hauen, verstehst du nicht? Ich jage. Das Gute ist ja, dass das nicht die stärksten sind, die es gibt. Gibt, so. Ich eile. Sehr schön. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überrumpelt. Kenji? Kenji, Kenji muss weg. Kenji muss weg. Es ist ein bisschen knapp hier. Aber... Wir kriegen das hin. Genau. Erledigt. Brrrr. Ein bisschen in die Hose. Ich geb's zu. Ähm... Wasser brauchen wir noch. Weil dann kann ich hier nämlich den Dorfplatz endlich aufgeben. So, kommt mal hier rüber. Hier mal sammeln. Alle zusammen. Auch die Verletzten. Vorwärts! Strecken! Nicht strecken! Tor unseren Feinden! Und dann können wir nämlich bald den Dorfplatz errichten. Benötigt ein Bader. Och. Och Gott. Okay. Dann tun wir das halt so. Können wir das halt so gerade nicht machen. Ja, mein Fürst. Okay, dann müssen wir hoffen. Können vorher erst mal noch ein bisschen Wasser sammeln. So. So. Alle. Ich werde jetzt hier erstmal speichern. Gott des Willens. Kenji LP. Genau das war's. So. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen mehr reden. Das war jetzt dann doch ein bisschen sehr viel Multitasking. So. Wie eine Viper. Wie eine Viper. Ich suche... Nerven aber gewaltig nervt ihr. Kann ich euch sagen. Nervt gewaltig. So. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. So. Ich habe eine bessere Idee. Okay. Da ich ja... Hier unten... Die mich ja hier unten nicht mehr vermuten. Ja, Fürst. Werde ich ein paar meiner Chefs hier runterziehen. Und hier einfach versuchen möglichst viel Wasser zu sammeln. So. Ihr seid hier zusammen. Ihr seid hier zusammen. Mit Vergnügen. Genau. Wir können jetzt nämlich auch die stärkste Einheit machen. Die wir haben. Ihr seht. Wir haben die Alchemistenhütte. Schüsse müssen wir richten. Mehr Schaden an. Definitiv. Ihr seht auch. Könnten die jetzt hier reinschicken. Kriegen wir Kanoniere. Die sind auch ziemlich stark. Und ihr... Könnten ja... Ah ne. Haben wir zu wenig... War Water. Genau. Ja, Fürst. So. Versuchen wir hier möglichst ungesehen heimlich Wasser zu schürfen. Ich speichere jetzt hier nochmal. Man kann sich natürlich auch so von Anfang an dort unten einnisten. Ich... Ich hab mich jetzt mal gedacht. Ich mach's jetzt mal einfach nicht. Ich kann euch ja mal einen Kanonier mal zeigen. Ziel in Sicht. Haben wir gleich noch einen Bauer. Könnte ich noch ein Tor mal richten. Das was ich eigentlich machen wollte. Wo haben wir? Ein Bäuerchen. Ah, hier. Genau. Wachturm. Ja, mein Fürst. War jetzt... Sehr... War... Auf Messer... Ihr seht jetzt. Wir könnten den auch schon eine Maronin machen. Machen sie mal. Und das hier. Aufgeladen. Nee. Die sind nämlich... Ihre Fähigkeit ist nämlich... Ihre Kanonenkugeln, die sie verschießen, durchdringen mehrere Feinde gleichzeitig. Was sie natürlich noch mal ein bisschen stärker machen. Und Ronin ist halt die größte Einer, die man haben kann bei der Schlange. Seht ihn vielleicht gleich. Nee. Nicht. Aber ich bin auch einer, der sagt, hier müssen wir dringend... So, das Badehaus ist auch ganz wichtig. Ach, so eine unebene Kacke. Ist eben auch nicht wirklich... Ist das halt alles so... Ach. Ach, das ist so eine unebene Scheiße hier. Kannste kaum bauen. Schon unterwegs, Meister. Steckt. In den Bäumen. Werden wir... Das dann machen. Darf einfach nicht vergessen, dass ich sie dann habe. Genau. So. Zack. Gut, dass wir hier gleich noch welche haben. Benji. Benji geht Gottverdammt nahe auf ihn. Benji. Bist ein Nachkämpfer. Mach das, was Nachkämpfer so an sich haben. Gehe nahe. Kämpfen. Gottverdammt. Gehe nahe. Ja. Ja, ich weh. Ich eile. So. Sehr schön. Ja, Fürst. Schnell. Ziele erfasst. Sofort. Sofort. Genau. Das ist noch der Ronin. So soll es geschehen. So soll es geschehen. Ja, mein Fürst. Gehe doch da gleich mal rein. Räuberfackeln richten mehr Schaden, Mann. Taverne. Ich eile. Könntest du das ja mal wieder aufbauen. Aha. Der hat es irgendwie nicht geschnallt. Oh, dann geh doch da lieber rein. Ah ne. Ich könnte doch den Dorfplatz errichten. Kannst du hier. Ja, mein Fürst. Gut. Weil dann können wir nämlich den Brunnen errichten und das. Ja, Fürst. dieses dämliche Haus da unten wegmachen. Hahaha. So, was haben wir da? Räuber. Ne, Räuberfackeln. Boah, finde ich jetzt nicht so unbedingt. Ich bin schon richtig gespannt. Ah, das. Ich vergaß wie langsam du ja bist mit deinen hohen Hacken. Ich speichere hier nochmal. Ja, weil das Problem ist, ihr habt gesehen, wir haben hier zwei Gegner, die gegen uns kämpfen. Nämlich das erste der Lotus-Clan und das zweite der Wolfs-Clan. Ah, ihr seid hier schon voll ausgebildet. Ich sehe das. Okay. Bist du fertig? Dann würde ich sagen... Ich kann euch ja noch einen Räuber zeigen. Dann würde ich... Ich würde... Der Eisenladen. Ich weiß halt nicht. So, genau. Jetzt können wir dann nämlich den Brunnen errichten. Weil jetzt braucht ja Stallungen. Oh, bin ich dumm. Okay. Gut. Ja, Fürst. Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Geht ihr mal zu dem. Weil dann können wir diese Dorfhütte hier... Genau. Können wir hier kaputt machen. Bauen wir jetzt nicht mehr. So, ein bisschen Kamikaze. Ich gebe es zu. Aber im Moment können wir noch gut dagegen halten. Einigermaßen. Ich gehorche. Ich gehorche. Ah, hier. Genau. Wie ihr wünscht. Was Räuber an sich haben. Was sie sehr mächtig in meinen Augen macht. Sie können eben... Äh... Fahrzeuge wollte ich schon sagen. Können Fahrzeuge anzünden. Genau. Machen jetzt hier so einen... Ja, Fürst. So einen kleineren Ring. Du... Du gehst hier mal... Äh... Du gehst noch zum Muskelchen. Wo seid ihr? Ihr seid hier? Gut. Dann können wir hier nämlich den Brunnen errichten. Ja, mein Fürst. Und haben dann endlich... Nicht mehr das Problem. Von wegen... Wir müssen hier auf alle Seite gucken. Müssen wir natürlich dann nicht. Das hat dann seine Vorteile. Verbreiten wir Chaos. Sehr schön. Weil die finde... Die finde ich halt extrem stark. Die Typen. Weil wenn sie dann voll ausgerichtet sind... Äh... Es gibt da noch eins. Muskelteironien sind weniger Anfälle für stumpfe Stichwaffen. Das gibt es dann ab den Zeiten. Das müssen wir unbedingt tun. Genau. Du kannst. Du kannst. Würde sagen. Zwei reichen vollkommen. Geh hier mal rein. Sehr schön. Und jetzt speichere ich nochmal. Weil ich möchte gerne auf Nummer sicher gehen. So. Genau. Der hat dann den Wachtturm auch gleich fertig. Und da schicke ich dann den Kanonier hoch. Dann haben wir einfach beides gleich so beieinander. Ich würde sogar sagen... Gibt es hier irgendwo Pferde eigentlich? Ich wüsste es gar nicht. Seht ihr? Ah. Irgendwo hier oben. Bringt mir also nicht viel. Dennoch... Der Eisenladen ist eigentlich ziemlich unnötig, wenn ihr mich fragt. So. Genau. Dann gehst du noch hier hoch. Bewaffnet und gefährlich. Dann haben wir hier so eine Turmfront. Was ich gerne haben möchte. Bewaffnet und gefährlich. Zielen und schießen. Zielen und schießen. Ich bin bereit. Jagd unsere Feinde. Weil die haben ja auch noch eine spezielle Fähigkeit dieser Lernen können durch den Eisenladen. Die sogenannte Ying-Klinge. Oder Yang-Klinge besser gesagt. Damit... Ja. Ist die alte wieder da? Ist das Weihnachten? Ja, Master. Renn mal. Auch wenn du im Renn-Zustand nicht viel schneller bist. Sag mal... Oh, es hat schon... Oh, es hat schon die ganze Zeit geklingelt. Schnell und sicher. Schnell und sicher. Jedenfalls. Das soll es gewesen sein. Im nächsten Part wollen wir mal gucken, ob ein Schlangenholm etwas mehr reißen können, als nur auf die Fresse zu kriegen. Und bis dahin sage ich Peace. Ich bin draußen. Auf Wiedersehen. Ich bin draußen. Sie sind draußen.